Ich bin's, La Signora. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Es ist ja jetzt Gang und Gebe, also modern geworden, bei den Kolleginnen also Fruchtbarkeitsstatus abzugeben. Die werden ja alle schwanger. Ich wollte nur Bescheid sagen. Also bei mir ist unrum. Die Krummlampe auch noch nicht erloschen. Ist ja Bescheid. Eure La Signora.